Wenn du mit deinen Freunden um etwas Geld wetten und immer gewinnen möchtest, dann solltest du dir diese 10 Wetten, bei denen du wirklich immer gewinnst, unbedingt mal anschauen. Einige davon sind sogar so verblüffend, dass du deine Freunde richtig zum Staunen bringen wirst. Für den ersten Trick brauchst du eine leere Flasche, einen Geldschein und ein paar Münzen. Jetzt solltest du den Schein auf die leere Flasche stellen, die Münzen oben drüber und mit deinen Freunden wetten, dass sie es nicht schaffen, mit nur einem Finger den Geldschein hier runterzuschlagen bzw. runterzunehmen, ohne dass die Münzen runterfallen. Sie werden es nicht schaffen, egal wie oft sie es probieren. Wenn du an der Reihe bist, dann leckst du deinen Finger einfach etwas an. Wenn Speichel dran ist, bleibt der Schein hier dran kleben. Du kannst ihn mit einem großen Schwung runterschlagen und das Geld bleibt oben drauf liegen. Oder du nimmst dir eine leere Flasche sowie eine Kappe von einem Stift. Diesen solltest du jetzt so herum in die Flasche stecken, dass die Öffnung in der Flasche steckt. Werd jetzt mit deinen Freunden, dass sie es nicht schaffen, dieses Teil hier hereinzupusten. Jedes Mal, wenn sie versuchen, es reinzupusten, wird es herausfallen. Nimm dir ein Glas und fülle es mit einer Flüssigkeit. Jetzt legst du zwei Münzen, so wie du hier sehen kannst, auf die Ränder des Glases. Sagt deinen Freunden, sie sollen irgendwie schaffen, das Glas anzuheben, nur mit Hilfe der Münzen. Das Glas selber also nicht direkt berühren. Wenn sie aufgeben und du in der Reihe bist, dann schlägst du beide Münzen einfach nach unten und hebst mit ihnen dann das Glas an. Hier nochmal in Slowmotion. Allerdings solltest du dann darauf achten, dass du beim Anheben des Glases dieses nicht verlierst, so wie ich in diesem Moment. Deshalb kommen wir lieber schnell zum nächsten Trick. Dafür brauchst du wieder ein Glas mit Wasser sowie solche Büroklammern. Wette mit deinen Freunden, dass sie es nicht schaffen, die Büroklammer auf dem Wasser treiben zu lassen. Egal wie sie es versuchen werden, es wird nicht funktionieren. Wenn du in der Reihe bist, nimmst du eine der Büroklammern, faltest sie ein wenig auf, wie du hier sehen kannst, sodass du eine kleine Schaufel hast. Lege hier eine weitere Büroklammer obendrauf. Gehe damit jetzt vorsichtig in das Wasser und lege sie quasi langsam auf der Wasseroberfläche ab. Und schon schaffst du es, dass die Büroklammer auf dem Wasser treibt. Da wahrscheinlich keiner deiner Freunde auf diese Lösung gekommen ist, wirst du die Wette wieder erneut gewonnen haben. Und mit diesem Trick bringst du wirklich jeden zum Staunen. Schnapp dir dafür zwei Schnapsgläser, fülle eines mit Wasser und das andere mit etwas Whisky. Jetzt solltest du auf das eine Glas einfach eine solche Karte legen, es dann anheben und dann auf das andere stellen. Die Flüssigkeiten bleiben jetzt hier in den beiden Gläsern. Wette mit deinen Freunden, dass sie es nicht schaffen, die Flüssigkeiten von oben nach unten zu tauschen. Also, dass jetzt unten das Wasser ist und oben der Whisky. Sie sollen dabei die Gläser selber aber nicht anheben. Alles, was du machen musst, ist einfach nur die Karte ein wenig verschieben, sodass eine kleine Öffnung entsteht. Das Wasser wird sich jetzt nach unten durchdrücken und dadurch den Whisky nach oben in das obere Glas drücken. Warte einige Zeit und du wirst sehen, dass immer mehr von dem Wasser im unteren Glas ist und immer mehr vom Whisky im oberen. Bis schlussendlich beide Flüssigkeiten getauscht sind, ohne dass du die Gläser angehoben oder umgedreht hast. Für den nächsten Trick brauchst du eine solche Streichholzverpackung, die leer ist. Deine Freunde sollen diese jetzt fallen lassen und dann soll sie auf der Seite stehen. Egal, was sie machen, sie wird immer wieder umkippen. Wenn du in der Reihe bist, kommt der kleine Trick. Du musst einfach nur das Fach ein wenig aufschieben und wenn du es jetzt fallen lässt, dann wird die Packung auf der Seite auch stehen bleiben, wie du hier sehen kannst. Bei dem nächsten Trick muss man ein wenig nachdenken. Wir haben hier eine kleine Pyramide aus Münzen. Ziel ist es jetzt, die Münze einmal umzudrehen, dafür aber nur drei der Münzen zu verschieben. Verschiebe einfach die beiden oberen äußeren Münzen sowie die untere an der Spitze. Nimm jetzt die oberen Münzen und ziehe sie nach unten und die von unten ziehst du nach oben. Schon hast du die Pyramide umgedreht und dafür nur drei Münzen bewegt. Und hast du das bereits gewusst? Wenn du mit deinen Freunden wettest, dass sie es nicht schaffen, eine Nadel in deinen Luftballon zu stechen, ohne dass er dabei zerplatzt, dann kannst du ihnen zeigen, wie es wirklich geht, wenn sie aufgegeben haben. Denn du musst nur am unteren Ende, wo das Gummi vom Luftballon noch etwas dicker ist, die Nadel hereinstechen. Hier kannst du sie immer wieder rein- und rausstecken und auch mehrere Nadeln hineinstechen, ohne dass der Luftballon dabei zerplatzt, wie du bei mir hier eindrucksvoll sehen kannst. Diese Wette ist ebenfalls ein absolutes Highlight. Stell dafür eine Kerze auf, stelle jetzt eine Flasche davor und wette mit deinen Freunden, dass du schaffst, die Kerze auszupusten, obwohl die Flasche davor steht. Wenn sie dir nicht glauben, dann zeige ihnen, wie dieser Trick funktioniert. Denn alles, was du tun musst, ist, gegen die Flasche zu pusten. Die Luft wird jetzt um die Flasche herumgehen und die Kerze auspusten. Du hast also einfach gegen die Flasche gepustet und die Kerze damit erloschen. Und auch dieser Trick ist unglaublich genial. Nimm einen Geldschein und falte ihn so, wie du es hier bei mir sehen kannst. Jetzt brauchst du noch zwei Büroklammern. Die erste solltest du jetzt so hereinstecken, dass du nach dem Falten die hintere Seite und die mittlere Seite damit verbindest. Und die zweite Büroklammer stecken wir jetzt auf die linke Seite und verbinden die vordere und die mittlere Seite. Wenn das Ganze jetzt so bei dir aussieht, hast du alles richtig gemacht. Alles, was du jetzt machen musst, ist, an beiden Enden des Scheines zu ziehen und ihn so wieder aufzuziehen. Wenn du das gemacht hast, wirst du feststellen, dass beide Büroklammern jetzt ineinander stecken. Wenn du also mit deinen Freunden gewettet hast, dass du es schaffst, mit einem Geldschein zwei Büroklammer ineinander zu stecken, wirst du diese Wette auf jeden Fall gewinnen, da sie mit diesem Ergebnis wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Würdest du jetzt noch neun weitere geniale Wetten kennenlernen, die fast niemand kennt, dann schau dir unbedingt auch das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.